Mensch, 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 SPD. Das ging ja echt Dalli-Dalli mit dem Gabriel als neuem Chef. Das ist nicht schön, aber so läuft das. Tja, so läuft das, wenn die SPD unter Druck steht in Sachen neue Führung finden. Welche Personen kommen denn darin vor? 15 Sekunden Zeit, Dalli-Dalli. Hanna-Lore Kraft, Olaf Scholz, Manuela Schwesig, Klaus Wovreit, Martin Schulz, Jan-Walter Steinmeier, Andrea Nahles, Sigmar Gabriel. Naja, immerhin. Tja, das war sogar eine neue SPD-Spitze. Ganze acht Leute in nur 15 Sekunden benannt. Wie viel können wir denn geben? Ha, gute Frage. Wir finden alle bis auf diesen Martin Schulz. Ich meine, für was braucht man den denn in der SPD-Spitze? Als Verantwortlichen des Parteivorstandes für EU. Das ist, also das ist, also das ist, Spitzel. Aber hallo, ich meine, vielleicht braucht der Vorstand ja auch noch Verantwortliche für Verkehr, Gesundheit, Bier trinken. Das Spitzenpersonal will schließlich versorgt sein. Es geht hier bei uns nicht nur um Personal, sondern es geht im Wesentlichen auch um Inhalt. Ha, Frau Nahles, können Sie das mal Generalsekretärin-mäßig formulieren? Ja, das kommt ja nicht nur auf Stirnel an, sondern auch, was drin ist. Nicht wahr, gell? So ist es. Ja, und drin sind im Wesentlichen die, die vorher irgendwie auch schon dran waren. Bei der SPD. Der Partei der kleinen Leute, der Gleichheit und der Mitbestimmung. Ja, apropos. Wo bleiben eigentlich bei so einer Express-Nominierung Mitbestimmung und Demokratie? Wenn man es selber werden will, wünscht man sich das nicht. Ha, ja, was sagt man denn dazu? Es war toll. Stimmt. Und schon ab nächster Woche treibt das stolze Schiff SPD nicht länger am Abgrund. Mit Sigmar Gabriel kommt man endlich ein gutes Stück weiter. Stimmt. 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 Vielen Dank.